Ich konnte es am Ende nicht mehr hören und im Prinzip haben sie alle nur sinnlose Sachen erzählt. Ich konnte es am Ende nicht mehr sehen. Ich konnte es früh aufstehen und wissen, heute wird was. Was ich sagen muss, ist, dass die Studienzeit hier sensationell ist. Ich habe auch extrem viel Spaß gehabt. Das ist immer das Ding hier, dass man sich in Dessau nur unter den Leuten hier hat. Und es macht einfach extrem viel Spaß, den Leuten unterwegs zu sein. Also es ist komplett anders, als ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Ich habe am Anfang gedacht, das ist übrigens free und wir trinken viel Alkohol und arbeiten nachts oder tagsüber wird geschlafen und wir liegen auf der Wiese. Aber im Endeffekt ist es doch ziemlich traf. Alles?